in berlin war letzte woche die internationale tourismus börse kurz itb genannt und wir wollten wissen was gibt es neues beim reisen verreisen und urlaub machen und hier kommen unsere brandheißen tipps für sie und ihren sommer 2023 schmuddelig fing es an mit online glücksspiel und pornos doch genug zu knossi denn letzte woche war die weltgrößte tourismusmesse in berlin endlich heißt es vorbei und alle zieht es wieder mit der deutschen bahn oder umweltschonend mit dem flieger in den urlaub endlich erholen vom anstrengenden job ich bin lehrerin ich bin abteilungsleiter einer werkstatt für menschen mit behinderung dann habt ihr fast den gleichen ruf die einen stehen auf robinson club mit cool die anderen bevorzugen radurlaub ich kann kotzen damit ihnen das nicht passiert gibt es jetzt die tv total urlaubstipps vorab ein paar wichtige hinweise zu anreise packen sie nur das aller nötigste sonst gibt es ärger mit dem sugar daddy packt mal ruhig zurück und dann ist feierabend packt ruhig zurück jetzt habt ihr euch jetzt sehr bemüht profi tipp für alle zu spät kommer wenn ihr koffer rechtzeitig zum check in unten ist darf der flieger nicht und dann heißt es auch schon zum beispiel in die trend urlaub stadt nummer eins las vegas räumen sie so richtig den jackpot ab mit nur einem einzigen stuhl als einsatz und danach lassen sie sich verzaubern bei einer las vegas magia show der extra klasse du kannst dir ein becher aussuchen und ich drehe mich um ich verdecke meine augen ich glaube dieser becher ist sicher ja das tut weh oder bei tageslicht wird las vegas eher trist aber nachts geht hier richtig die post ab da sagen nicht wenige am nächsten morgen was gestern passiert ist hat mich schockiert keine angst petro was in vegas passiert bleibt in vegas wer es romantischer mag den zieht's nach paris zum eiffelturm aber vorsicht nicht reinfallen auf billigreiseanbieter ob fünf sterne fitnesshotel in sibirien pornosprecher erlebnisgutschein in der schweiz oder ein ganz intimes meet and greet mit deinem lieblingsstar in hollywood jeder urlaub ist so individuell wie du selbst und für alle einsamen hausfrauen herzen gibt's die dom rap wo dir dein auf facebook kennengelernte trauman erst mal pass und kohle abnimmt das ist wahre liebe gut solche klitzekleinen probleme gibt's doch in jeder partnerschaft is going kaputt all is going kaputt all is going kaputt all all boom krach peng in diesem sinne schön in urlaub und ganz schnell ab an den strand wo auch immer sie hinfliegen ich flieg nach marokko so genau wollte ich gar nicht wissen und wer keine kohle hat für urlaub der muss halt improvisieren ist auch schön das war's für heute bei tv total hier geht es jetzt weiter mit dem soll wir sehen uns von nächstem noch wieder oder wie die redaktion der barra sagt adios wir sehen uns